Musik Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind im Zillertal und ich will diese Woche einen 360 lernen. Wir haben gutes Wetter, hoffentlich gibt es was. Ich bin jetzt die ganze Zeit über diese zwei großen, mittelgroßen Kicker gesprungen. Jetzt versuch ich es mal über den da. Mein Gott. Über diesen großen Kicker bin ich jetzt zweimal gesprungen. Der erste und zweite Versuch riefen ganz gut. Beim dritten brauche ich einfach nur noch mehr Power. Oh, scheiße. Bevor ich einen 360 mache, muss ich einen 180 lernen. Und den will ich hier jetzt machen. Ah, komm schon. Zwei 180s habe ich jetzt gemacht. 180s. Ich mache jetzt den dritten. Es funktioniert ganz gut. Und dann mache ich ihn dort auf den mittleren Kickern. Ich muss mich beeilen, da der Park gleich schließt. Okay, das ist immer besser. So, ich scheiße jetzt auf einen 180. Ich mache direkt den 360. Ich habe ein bisschen geübt. Ich bin gesprungen. Und ja, ich mache es einfach. Ich denke, ich bin bereit für einen 180 von diesem mittleren Kicker. Ich glaube, es kann in die Hose gehen, aber no risk, no fun. Ich bin geflogen. Ich kette den auf. Okay. Ein neuer Tag und damit auch der letzte Tag. Wir sind in einem neuen Skigebiet. Und hier gibt es ein paar weniger Rampen. Aber ich habe einen Kameramann dabei. Moin. Und jetzt werden wir den 180 machen. Nochmal über eine Box fahren und über eine Rampe springen. Schmaler, ne? Bruh! Und jetzt werden wir den 180 machen. Und jetzt werden wir den 180 machen. Und jetzt werden wir den 180 machen. Die hier an. Und jetzt ist die da. Die ist komplett zerfetzt. Scheiße. Und da ist das Fido angekommen. Vielleicht ist es abgeholt. Na, tschüss. 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 So, ich stehe jetzt in der Gondel. Auf den Weg nach unten. Also das war so eine krasse Fahrt. Er hat das Blau nicht angemacht. Nee, dachte ich habe mich verletzt. Aber nur meine Skier war kaputt. Ich konnte nicht runterfahren. Ähm, ja, ich werde jetzt runter gehen. Sie austauschen. Hoffentlich geht es schnell. Und einfach. Ich habe es geschafft. Oh mein Gott. Mein Vater hat mir so Angst gemacht. Er hat mir geschrieben. Ja, er hätte geschaut. Der Laden hat zu. Ich gehe da fast zweifelt hin. Und der Laden hatte einfach offen. Und er hatte mir in die Skier umgetaucht. Und jetzt die besten Fades des Urlaubs. Und jetzt die besten Clips. ged account war aneinander. Dann schaf야지 rein. Okay, der war krass, der war richtig krass. Letzko! Jahre! 2. Abonnenten!